Wer winkt an? Du, die Lady. Hallo zusammen vom ersten Tag auf bei den Proben. Ihr seht, wir sind auf der Bühne. Der Baum steht schon und es geschmückt dieses Jahr in weiß. Das ist immer ein großes Thema, welche Farbe dieser Baum hat. Alle Geschenke sind gepackt und wir haben Pressetag und dann die erste Probe. Und wir freuen uns wahnsinnig auf die Show. Mittwoch ist es soweit. 20.15 Uhr live in Sat.1 Gold. Heinz-Rudolf Kunze, Lea mit ihrem wunderbaren Song Leiser, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Jonas Kaufmann dabei, David Garrett. Also wir haben ein pickepackevolles Programm und wir wollen vor allem eins, wir brauchen jeden Euro an Spenden im Kampf gegen Leukämie. Also seien Sie mit dabei. Seid großzügig und wir freuen uns auf euch.